Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu Season 9 in Fortnite, Leute. Es ist endlich soweit. Season 9 in Fortnite ist draußen, Leute. Und ich bin mega, mega gehypt, was dahinter steckt. Ich habe schon ein bisschen was auf Twitter gesehen. Ich würde sagen, wir jumpen jetzt direkt mal in diesem wunderschönen neuen Menü rein. Wir haben hier einmal die Rette die Welt, einmal Battle Royale und einmal die Kreative. Und ich würde sagen, wir spielen jetzt einfach mal Battle Royale, meine Freunde. Hier ist schon wieder ein neues Bild und wir sehen eine Menge neue Skins. Und den Kollegen ganz rechts hier, den habe ich schon mal im Trailer gesehen. Oh mein Gott, okay, was geht ab? Banane und Ben laufen in einen Bunker rein. Oh, nice. Da kann man chillen, Digga. Nice. Oh ja, Bro. Oh ja, oh ja. Bankdrücken 200 Kilo, easy, Digga. Oh mein Gott, wenn das gehen würde, dass man jetzt an unsere Automaten wie in GTA spielen könnte, wäre so geil. Oh nein, Leute, wir wissen alle, was passiert. Ben wird die Banane essen. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, da ist die Banane in diesem Glas drin und wird gerade getrunken. Oh nein, die Arme, die Arme. Das ist so ein Zenturion. Alter, was ist denn mit Ben passiert? Alles klar. Oh mein Gott. Zurück, the future is yours, meine Freunde. Uns gehört die Zukunft. Ich würde sagen, willkommen dazu in Season 9 Fortnite. Und wow, guckt euch das Menü an, meine Freunde. Alter. Okay, der Season 9 Battle Pass, meine Freunde. Und wie ihr wisst, werde ich diesen kompletten Battle Pass jetzt einmal durchkaufen für euch. Nur exklusiv für euch. Natürlich könnt ihr das auch tun, wenn ihr den Creator Code gewinnt seid. Ich würde mich sehr freuen. Ich will unbedingt das Skin hier haben. Aber wir schauen gleich erstmal, was es sonst noch alles hier so gibt. Okay, im Item Shop ist nichts neu. Das Menü sieht immer noch nach wie vor gleich aus. Dann haben wir hier Herausforderungen. Oh mein Gott, okay. Frostbite. Sammelt den Battle Pass verfügbar. Oh! Sammle Frostbites um das Geheimnis zu schützen. Das heißt, man muss hier so eine Festplatte quasi zusammenbauen. Oder so eine Platine. Das ist ziemlich cool. Dann haben wir einmal Utopia. Dann haben wir den geheimnisvollen Gegenstand. Das ist wieder der neue Skin. Okay. Was haben wir noch? Wöchentlich Stil. Oh mein Gott, okay. Wöchentlich gibt es wieder 10 Wochen, ist die Season wieder lang. Dann haben wir hier Stil Skins. Und das sind alles die Skins, meine Freunde. Von Season 9, die wir jetzt schon sehen können. Sentinel. Das war der Bruder, der da eben die Tür aufgemacht hat. Mega cool. Sieht richtig, richtig nice. Sieht aus irgendwie wie so ein Hahn oder sowas, ne? Gefühlt. Der gefällt mir einfach richtig gut. Sieht einfach komplett aus wie ich. Er sieht einfach... Also, Junge, finde ich richtig, richtig nice. Also, wir können scheinbar alle Skins hier wieder aufleveln. Und ich würde sagen, meine Freunde, jetzt ist an der Zeit, nochmal ganz kurz ein paar V-Box zu kaufen. Oh, wir haben wieder ein neues Paket drin. Das Inferno-Paket sehe ich hier gerade. Und das Lagun-Paket. Okay, das Inferno-Paket sieht schon ganz lecker aus, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das ist auf jeden Fall echt nice. Da haben wir auf jeden Fall noch ein paar V-Bucks dabei. Ähm, ja, nicht schlecht, meine Freunde. Ich würde sagen, ich kaufe mir mal ganz kurz ein paar V-Bucks. Und dann kaufen wir erstmal gemeinsam den Battle Pass durch. Die V-Bucks rollen rein, meine Freunde. Und jetzt ist es Zeit, sich den Battle Pass zu gönnen. So, wir kaufen natürlich direkt das Battle Pass-Paket. Wie gesagt, Creator Code Revinzeit. Ihr wisst Bescheid, mit diesem Kauf unterstützte Revinzeit. Achtet unbedingt drauf, meine Freunde, falls ihr den Battle Pass kauft. Unterstützt mich gerne im Itemshop. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen. So, wir haben auf jeden Fall schon mal ein paar Outfits dabei. Ich würde sagen, wir erwerben das Ganze mal. Und haben jetzt schon mal mehrere Stufen frei hier. Oh, Digga, schöne Font hier auf jeden Fall. Sentinel ist auf jeden Fall jetzt am Start. Wir haben hier auf jeden Fall eine Filbuck. Sie ist ganz süß tatsächlich. Sentinel, ein sehr cooler Skin. Oh, nice, so ein neues Wrap für die Waffen. Das machen wir gleich direkt mal drauf. Und dann haben wir hier so komische Lichter, Neonröhren, die an uns runterziehen. Ganz cool. Hier ein neues Backbling. Okay, die Lava steigt. Ein kleines Bildgerechtigkeit. Neue Muckeln. Hier wieder ein paar Sticks. Da freut sich jemand. Das ist aber ein süßes Emote, Alter. Gefällt mir. Ein massiv geiler Gleiter. Dann haben wir jetzt hier den Bunker Jonassey auf jeden Fall. Oh mein Gott. Okay, und nochmal 400 V-Bucks dazu. Okay, nice, Leute. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal ganz kurz, was der Battle Pass noch so für uns offen hält. Guckt euch das an. Wir haben hier auf jeden Fall Vega, die man level kann. Oh mein Gott. Geiles Emote. Das brauche ich auf jeden Fall. Eine richtig nice Spitzachst. Oh, wie cool. Sieht der denn aus? Dann haben wir hier so einen Schildwirbler. Dann haben wir hier eine neue Katze, so einen Roboter. Okay. Dann haben wir hier auf jeden Fall Stratus. Der auf jeden Fall gelevelt werden kann. Den Räscher als Gleiter. Lockerer Shuffle. Ziemlich cool. Plasmaschweif. Und hier Vendetta. Und ich glaube, dass der Skin auf jeden Fall richtig fett ist. Sieht einfach genauso aus wie ich wieder, meine Freunde. Mit den Haaren. Okay, schauen wir mal, wie der sich auflevelt. Boah, Digga. Anders Böse. Ja, Mann. Er wird zu einem richtigen Superheld. Guckt mal, Leute. Okay, das schme... Oh, Alter. Das schmeckt auf jeden Fall. Ich würde sagen, meine Freunde. Jetzt wird es schmerzhaft. Jetzt geht es in die V-Box, meine Freunde. Deshalb, weil es so viel Geld kostet. Bitte geht hin und kauft unbedingt mit meinem Code diesen Gottverdabten Battle Pass, meine Freunde. Ja. Auch wenn es schmerzhaft ist. Auf geht's, Leute. Aua. Wir müssen noch einmal kurz bis zum Ende durchkaufen, meine Freunde. Und wir sind quasi bis zum Ende da. Alter. Wow, ist der geil. Okay, mit dem spielen wir jetzt direkt mal. Gut, ich würde sagen, wir gucken mal ganz, was wir spinnen und müssen uns jetzt mal alles erstmal anschauen. Also, wir haben einmal Sentinel. Dann haben wir einmal sie hier. Dann haben wir einmal ihn hier. Jonas, sie auf jeden Fall hier im ganz aggressiven, obdachlosen Outfit. Hier Stratus. Dann haben wir einmal Vega hier. Richtig, richtig nicer Skin. Die gute Demi. Sieht auch ganz cool. Das ist alles so ein bisschen... Erinnert mich so ein bisschen an Cyberpunk irgendwie so ein bisschen an das Spiel. Dann nehmen wir auch direkt die neue Pickaxe hier rein, die ich ganz schön fand tatsächlich. Wir haben hier nochmal so einen Stahlhammer. Finde ich auch ganz cool. Und das ist auch eine Pickaxe. Okay, das ist interessant. Ich weiß noch nicht genau, wie das dann aussehen soll. Das ist auf jeden Fall ein Baba-Gefährt hier auf jeden Fall. Sieht auch ziemlich fett aus. Dann haben wir hier auf jeden Fall eine Menge neue Emotes. Der muss auf jeden Fall mit rein, meine Freunde. So, dann schauen wir uns mal ganz kurz die Raps hier noch an. Das ist ja mal ultra, Alter. Okay, wartet mal. Boah, Alter. Das ist ja mal... Das ist aber ziemlich sexy. Jetzt seht ihr ja irgendwie was von hier. Alter, Leute. Guckt euch den mal an. Der ist natürlich hier lecker. Der ist natürlich anders geil. Dann haben wir hier nochmal ein paar neue Bilder. Die brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht durchgucken. Ich mache mir einfach mal das Schönste rein, was ich finde. Und zwar ist das schönste Bild, was ich finde, meine Freunde. Alter, Drachen. Drachen? Wir sehen da einen Drachen auf dem Bild. Seht ihr das, meine Freunde? Okay. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Kommen Drachen in Season 9. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Und jetzt geht es aggressiv los mit einer Runde fortan auf der neuen Map. Ich bin gehypt, was mit Tiltel passiert ist. Oh mein Gott, Leute. Wir sind in der Lobby und guckt mal. Das ist eine doppelte Axt. Das hatten wir noch nie. Das gab es noch nie, meine Freunde. Das gab es wirklich noch nie. Wir haben eine doppelte Axt jetzt hier als Pickaxe. Das seht ihr mal mega krass. Oh, was ist mit der Map passiert? Was ist mit der Map passiert? Und was ist mit Tilted passiert, Leute? Neo Tilted und Megamall. Ich würde sagen, wir fliegen direkt mal nach Neo Tilted, Alter. Ey, krank. Okay, ich würde sagen, wir fliegen mal ganz los. Hier fliegen so Zeppeline rum. Kann man darauf landen? Okay, man kann auf die Zeppelinen scheinbar nicht landen. Die sind nur Deko. Schade drum. Boah, Leute. Guckt euch Tilted Towers an, meine Freunde. Also das ist ja mal komplett anders. Und hier hat es überall so komische Rohre und alles drin. Wahnsinn. Okay, ich würde sagen, wir fliegen mal ganz los hier in das Gebäude. Okay, machen wir doch nicht, weil da war ein Gegner. Ähm, ich würde sagen, wir fliegen mal von unten hier rein. Ja, Leute. Das ist auf jeden Fall ein geiler Start in Runde, oder? Ne. Ich glaube, ganz oben auf dem Dach lag ein Mad Kit drauf. Kleinen Moment, Leute. Wir gehen mal ganz los hoch. Okay, da vorne tanzt auf jeden Fall jemand rum. Okay, einen haben wir jetzt geholt. Müssten wir eigentlich mal ganz kurz runtergehen. Gefällt mir. Gefällt mir, das neue Tilted. Sehr viel enger jetzt alles. Sehr viel kleiner natürlich jetzt hier. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ganz nice. So, was haben wir denn hier? Wir haben jetzt hier so Schnelltransportationsröhren, nehme ich an. Das ist jetzt die Frage, was man damit machen kann. Ich glaube fast schon, dass man sich damit halt natürlich schnell über die Map bewegen kann. Logischerweise. Jedenfalls sehr viel Stahl jetzt hier neuerdings enttiltet tatsächlich. Das kann man auf jeden Fall sagen. Oh, okay. Oh, okay. Das ist nice. Oh mein Gott, was hat er für eine Waffe gehabt? What the hell? Was war das für eine Waffe? Was war das für eine Waffe? Da habe ich ja mal komplett kassiert. Okay, ich würde sagen, meine Freunde, wir schauen uns das Ganze jetzt mal in der Spielwiese hier an. Das ist am einfachsten. Trios sind auch wieder zurück, sehe ich gerade. Ich möchte gar keine große Runde jetzt hier schwitzen und tryharden. Ich würde mir einfach mal gerne ganz kurz in der Spielwiese anschauen, wie die neuen Dinger so aussehen, die neuen Karten. Und vor allen Dingen, was man in diesen neuen Orten so machen kann. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie es in der Mega Mall aussieht, ehemals Retail Row. Ich werde auf jeden Fall auch später noch ein wenig streamen, meine Freunde. Also schaltet auf jeden Fall gleich mal auf Twitch rein. Werd so gegen 14 Uhr versuchen live zu sein. Wahrscheinlich schon 13.30 Uhr. Aber dann gebe ich euch nochmal genau ein Update auf Twitter. Okay, das sieht auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool aus. Wie gesagt, nicht vergessen, meine Freunde. 13.30 Uhr stream ich gemeinsam mit Standardskill. Wenn der noch online ist, ich denke mal, das ist auf jeden Fall machbar. Wenn ich stream ich ein bisschen leine, schaltet auf jeden Fall gleich auf Twitch unbedingt mal rein. Dann werden wir die ersten Siege diese Season hier holen auf jeden Fall. Die Dreifachsalbe ist wieder da. Leute, die Dreifachsalbe ist zurück. Seht ihr das? Wir sind auf jeden Fall hier gerade in der neuen Mall, in der Mega Mall. Schauen wir uns das Ganze mal kurz an. Eine richtig geile Mall. Sieht wirklich, wirklich atemberaubend aus. Kann man nicht anders sagen. Gefällt mir ziemlich gut. Hier vorne gibt es ein Auto zu gewinnen. Auch schön. Schilde scheinen ein bisschen rar zu sein in der neuen Season bis dato. Noch nichts gefunden hier. Aber das ist auf jeden Fall Mega Mall, meine Freunde. Mit Pizza Pit und allem, was dazugehört. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal ganz kurz von der Mega Mall hier in den Hyperloop rein, meine Freunde. Und gönnen uns das mal ganz kurz. Und okay, alles klar. Das ist cool. Das ist extrem cool. Das heißt, ich kann auch draußen rausfliegen. Und lande dann einfach. Kann ich auch einfach quasi zusteigen? Ne, man kann auch einfach zusteigen, Leute. Okay, das ist einfach nur geil. Das heißt, wir haben jetzt ein komplett neues Bewegungsobjekt auf der Map. Nämlich diesen Hyperloop hier. Der geht einmal hier komplett um die Mega Mall rum. Was ist, wenn ich oben rausfliege? Gibt ein klein bisschen Auftrieb. So wie es aussieht, haben wir verschiedene Linien. Wir haben eine große Hauptlinie. Die seht ihr hier einmal quasi. Einmal ein Omega Mall herum. Und nochmal so ein paar kleinere zwischendrin immer wieder. Ich würde sagen, wir nehmen mal ganz kurz die große Hauptlinie. Okay, auf geht's, Leute. Hyperloop bricht nur tilt. Das ist auf jeden Fall viel, viel schneller, als wenn man laufen würde. Ein ziemlich nice Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Was hat es aber dann mit diesen Dingern hier auf sich? Da würde ich sagen, gehen wir auch mal ganz kurz hin. Ich glaube, damit werden wir nach oben transportiert, oder? Ja, wir kommen einmal nach oben, Leute. Seht ihr das? Wir kommen nach oben und haben hier auch so eine Art Landungsplattform. Und hier ist die Shotgun, die ich eben meinte. Die Kampfschrotflinte. Okay, what the fuck? Also, Leute, versteht mich nicht falsch. Ich gucke mal ganz kurz jetzt bei Google. Ist die neu? Die Shotgun ist neu und ich glaube, dass die ziemlich stark ist. Ihr habt ja eben gesehen, was ich damit für eine Schelle kassiert habe. Das war ja nicht mehr feierlich, Alter. Das war ja nicht mehr feierlich. Was er hier macht, ist mir schleierhaft. Don't wanna be that guy, Bruder. Aber. Das tut mir wirklich leid, ne? Aber ich brauchte die Schrotflinte. Goldene Schotty, meine Freunde. Auf geht's. Okay, und hier scheint irgendwas an Energie abgesaugt zu werden. Wie man hier sehen kann. Also, Leute, ich glaube, dass dieses diesen krass wird. Ich glaube, dass sich auf dieser Map sehr viel verändern wird. Oh mein Gott, Leute. Also, die Shotgun ist ja mal anders krank. Okay, Leute. Das Ding macht ordentlich Schaden. Okay, alles klar. Ich sehe es gerade schon. Okay. Ziemlich crazy. Okay, guckt euch mal diese Verfolgungsjagden an, Leute. Das erwartet uns auf jeden Fall alles in der neuen Season. Okay, Leute. Also, die Shotgun macht auf jeden Fall richtig, richtig lecker Schaden. Ihr habt es gerade gesehen. Extrem stark. Und diese Waffe hier ist auch wieder back am Start mit einer blauen Farbe. Schön. Also, ich wollte sagen, meine Freunde, neue Shotgun. Wir testen die nochmal ganz kurz in Action. Okay, Leute. Ihr seht auf jeden Fall auch im Creative Mode. Hat sich einiges getan. Wir haben das Piratenschiff drin. Wir haben eine Menge neue Gebäude hier drin. Und auch sehr viele neue Galerien. Also, da wird auf jeden Fall was Geiles auf euch zukommen. Gut, hier haben wir unsere armen Bots stehen. Okay. Das ist auf jeden Fall ein leckerer 100er Headshot-Schaden auf Range. 50 immer noch auf die Range. 45 auf diese Range. Alter. Alter Schwede. Okay, Headshot macht da irgendwie nicht so viel Schaden. Das ist auf jeden Fall eine richtig leckere Waffe. Die gefällt mir auf jeden Fall. 10 Schuss hat das Ding. Interessant auf jeden Fall, Leute. Das ist auf jeden Fall alles in den neuen Season drin. Ich bin mega, mega gehypt. Und freue mich jetzt gleich, mit euch im Livestream den Rest zu erkunden. Schaltet auf jeden Fall ein. Nutzt gerne meinen Creator-Code, meine Freunde. Ich bin echt wirklich, wirklich gehypt. Und ja, das war es auf jeden Fall von dieser wunderschönen Season 9-Vorstellung. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert auf jeden Fall, wenn ihr noch kein Teil des Kanals seid. Ich bin damit raus. Macht's gut. Wir sehen uns gleich im Livestream auf Twitch. Macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüss.